Die Nöte Krua begonnt, Papa, die Passage überlassen und geht mit dem Flughafen aus Lelysat. Die Nöte Krua begonnt, Papa, die Passage überlassen, die Passage überlassen, die Passage überlassen. Die Nöte Krua begon, Frau, Herr Vater, Krua, ging bei der Funktion an. D então wir reis man intra oder die Nöte Krua. B Shamisch oder die Nöte Krua, Papa, die Passage überlassen, die Passage überlassen, die Passage überlassen, die Passage überlassen, die Passage über substances. DELTA-GOLF-PAPA ist die Falka 2.0.2 POV, die VFR von Echo DELTA bis in November, mit Informationen, PAPA für Lampen. Roger, DELTA-GOLF-PAPA, Procedium, Mike, report zwei Minuten zu D4, Mike, QN81005, und jetzt haben wir Informationen, Scherer, und Runa EU-005. DELTA-GOLF-PAPA, TURNF 05. DELTA-GOLF-PAPA, Nummer 1. Nummer 1, KOLF-PAPA. DELTA-GOLF-PAPA, DELTA-GOLF-PAPA, RUG-19. DELTA-GOLF-PAPA, RUG-19. D Warrior D Garden, RUG-19. DELTA-GOLF-PAPA, RUG-19. Ich hab noch nicht geholfen, aber ich hab noch nicht geholfen. Eigentlich nichts. Wir werden uns gut vor Gas geben. Wir werden uns auf der Bauch zu schauen. Wir haben uns ein bisschen die Club auf den Drucker. Ich habe noch nicht mehr Zeit, das ist ein bisschen ein Lippe noch. Ich habe es nicht richtig gut gehabt, das ist ein blaues Läntchen, das ist ein Maximum Breedverklein. Ja? Ja? Ja. Ja. Kijk, nu zie je dat de propeller hier tegen het roi aan zit. Dan trek ik deze hendel een beetje terug, totdat hij hier in het groene zit. Ja, klaar. Ja, je kunt nog een beetje trekken, want ik kan nog wel harder klimmen. Je moet naar 1000 voet, dus... Ja, ja, 1000 voet ik het circuit doe. Ja, en Bravoto. Je kunt hem nog harder laten klimmen, ik kan, want je zit nog ruim... Ja, dit is eh... Ja, dat klinkt ja, z'n Speer. Ja, de rechte bocht is er. Ja, dat... Ja, meestal moet je er iets boven zitten. Ja, dan laten we rustig... Vervol, 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 Vervol. Vervol, Vervol, Vervol. Vervol, Vervol, Vervol. Vervol, Vervol, Roger, you are becoming number one and continue. Go see, Vervol, Vervol. Ok, rustig afvangen, naar het einde van de baan kijken, gas dicht. Ok, kleppen dicht. Kleppen, kleppen dicht. Helemaal. Gas over, deur dicht. Nu. Vol gas. Gas? Ja, vol gas. Vervol, 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 Vervol. Vervol, 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 Vervol. Ja, Vervol. Ja, ik moet een beetje druk. Ja, ik moet een beetje druk, ja. Ja, ik moet een beetje druk, ja. Delta Gold, Vapa, Lijna Brumme 05. Lijna Brumme 05, Delta Gold, Vapa. Delta Gold, Vapa, Lijna Brumme 05, cleared for take off, Bravo departure. De wind 0306, op de 1-3. Vapa Sierra, D-Liz, No. 1, Touch and Go. No. 1, I cut and go, Abba, Lijna Brumme 05, Sierra, D-Liz. V4, downwind, V4, Alpha, downwind, Touch and Go. V4, Alpha, is the one ahead? V4, Alpha is ahead, that's you go, and the Bravos are making the full stop. V4, Alpha Nr. 2, Bravo Nr. 3. V4, Nr. 2, I3. Ich bin jetzt noch ein Borg, bitte. Nein, ich darf das nicht. Wenn ich verkehrt mache, dann fliege ich von der ARD. Ich bin jetzt noch ein Borg, bitte. Ich bin jetzt noch ein Borg. Ich bin jetzt noch ein Borg. Was muss ich machen? Ich bin jetzt noch ein Borg. Wir nehmen diese schnellen von ungefähr. Wir machen ein ruhiger Linke Borg. Wenn du die schnellen auskaststest, dann muss man etwas direkt. Dann wird die schnellen auskastst. Helemaal einfach für die 360 mh. Ja, ich finde es sehr eng. Ja, ich finde es ist sehr eng. Ja, ich habe das Gefühl, dass wir das Binnen-Stadt zu verleten haben. Ja, ich habe das Gefühl, dass wir das Binnen-Stadt zu verleten haben. Ja, das kann auch ein bisschen. Morgen habe ich die Neiging um die schnellheit aufzuhalten. Das funktioniert nicht, als ich nach dem Horizont schaue. Vielleicht correspondeert das mit dem Fleckchen. Das könnte, oder? Das ist für dich das Fleckchen. Ja, ich muss das vielleicht von der Höhe von den Probellen tun. Ja, das kann auch. Das macht einfach nicht aus was. Ich bin auf die Höhe von den Probellen. Ok, dann ist das für dich, Junge. Mocht ich probieren? Sommige Menschen tun ein Plackertje, so. Heel, aber es kommt auch gut. Ja. Leef je aus? Leef je aus? Ja, das ist eigentlich eng. Nee, das fällt für mich. Nee, das ist alles cool. Ja, das läst für dich. Fahrt Rückfragitfaust. Keep mir das, ein Pfund. Ja, das geht. Da war so. Die Fahrt nach dem Platz hat. Das sieg ins Schraub� in den Mitten. Der Horizont nicht mehr weg. Ich bleibe auf der Flickchen, aber es bleibt unterbrechert. Ja, ich habe es benutzt. Ich habe es benutzt. Ich habe es benutzt. Ich benutze die propeller als referentie. Ja, ich bin ja. Ja, doch wel. Gut, jetzt müssen wir weiter landen. Willst du schnell landen oder zurückgehen? Äh, ich habe es. Ich habe meine erste engen vrucht gemacht, um ein bocht zu draaien. Ja, ich mache es. Ja, ich mache es. Ich habe das erste Mal mit Zweifliegen. Ja, ich denke. Das Zweifliegen kann, weil es gar ist, aber ich weiß was, was er. Ja, ich denke, ich denke, nein. Ja, das muss ich auch. Ja, aber ich weiß nicht, ob jemand das zu tun kann. Ja, das ist doch halt. Ja, ich denke, nein. Oh, ich gehe jetzt gerade so schnell. Ja, ich denke, das ist doch nicht so schnell. Ja, das ist doch schon. Ja, 200, okay. Ja, das ist ja so schnell. Ja, das ist ja so schnell. Ja, ich denke, nein. Ich habe die Angelegenheit gebraucht. 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 Ja, doch wel.